Und da sind wir wieder, mit Tee in der Hand und... Nee, nicht in der Hand. Steht aber hier bei uns. Okay, hey, noch ein Energieriegel. Den nehmen wir mal. Wir sind jetzt mit Tee ausgestattet und können Vogen Mutes weiterspielen. Nee, den will ich jetzt nichts geben, dieses Blödsinn. Nö. Vielleicht findest du ja noch was, ja. Eine Clementine, finde ich. Geldautomaten brauchen wir nicht mehr, Geld ist jetzt sowieso... Essensbox. Oh, untersuchen. Wertlos geworden. Oh, zu schade. Zeitung. Oh, komisch. Wollen wir der reden? Ja. Ja, genau. Na, wie geht's dir? Ja. Na, wie geht's dir? Wie bei uns im Büro. Du hast dich tapfer geschlagen. Ach so, wenn ich Lampe, Kappel, Eichel, Linden kann, du siehst, du dich sehr gut behandeln kannst. Wirklich? Ich bin ein Disaster. Ich kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen. Mein News-Editor war ungefähr fünf Meter entfernt von mir. Und ich hätte sie gehört, wenn es nicht für den dorken Mann auf dem Watchen gewesen wäre. Ich bin sorry. Sie war ein Aßhöl. Aber, du weißt. Ja. Oh je. Der Typ hat dich gerattet. Der Typ hat dich gerattet. Ja. Kannst du es glauben? Die Creeps oder Ghouls oder was auch immer sie sind. Die waren unsere Van aparte. Und der Typ, Doug, kam einfach zur Hilfe. Du kannst nie sagen, wer die heroischen Einen werden. Er ist ein bisschen süß. Ich glaube, der muss mal raus. Ich glaube, der muss mal raus. Ja, ich. Es tut uns leid gerade, aber er glaubt, unsere Katze muss raus. Der ist wegen dem Miao der Wind. Und die Wind ist schon mal los hierranden. Und hat ihn rausgelassen. Hat gerade ein bisschen geklappert wegen dem Headset hier ablehnen. Ach, nicht Headset. Mikrofon. Ach, Mann, Mikrofon. Das ist doch Headset! Ich halte die Fassung hier. Du meinst Kopfhörer eigentlich nur. Entschuldigung, jetzt sind wir wieder hier und weiter geht. Und wie bist du hier gelandet? Lubschrauber. Das klingt wertvoll. Was hast du mit dabei? Ein Radio. Ich kann es nicht zu arbeiten. Hier, lass mich mal schauen. An-Ausschalter. Okay, wir haben keinen Ton. Nichts. Vielleicht ist er auch zu leise. Drehen wir mal auf. Und jetzt nochmal an. Nichts. Okay. Okay, dann schauen wir mal auf die Rückseite. Ah, wenn es mit Batterie ist? Es wird mit Batterie gelaufen. Ah, na toll! Das ist ja logisch. Wieso? Ja, natürlich. Ich meine, ja. Nein. Ich kann es versuchen, etwas zu finden. Es braucht auch zwei. Danke. Ich weiß gar nicht wirklich, was zu suchen. Was? Sie kennen keine Batterien? Was ist denn mit dem? Ich mache schon weiter. Ja, ist ja gut. Pop-Tafel. Ich will auch mal. Easter Eggs. Ich will auch mal machen. Du willst auch mal klicken? Ja, ich will auch mal irgendwo hingehen. Geh mal da hin. Oder lass mal mit dem Typen quatschen. Lass mal mit dem Typen quatschen. Wie macht er das denn mit ihr? Ja, ich würde es dann mit dem Typen quatschen. Wlles am Ende der Welt? Lass mal mit dem Typen quatschen! Wie macht er das denn aus? Ja, ist einfach nicht. Ja, das ist einfach nicht. Wie macht er das denn? Das war richtig. Genau. Ich war nicht so. Nee, das war wirklich. Ich war nicht verlangene Hyun. Das war schon nicht. Ich muss ihn zurück mit irgendwelchen unnötigen Geräusern bringen. Entstanden. Das sieht gerade aus, als ob die Arme in den Arm gehen. Ich denke, es könnte mehr als ein paar Tage sein, bevor alles ausgesucht wird. Ja, ich glaube auch. Wir sollten es besser wegziehen. Hey! Das ist eine heistische Vortifizierung. Ja, es funktioniert nicht. Das ist eine heistische Vortifizierung. Ja, es funktioniert nicht. Das ist eine heistische Vortifizierung. Ja. Schön. Ach so, ich komme nicht rein. Entschuldigung. Ich habe jetzt nicht mehr... Fernsehen. Ja, na klar. Da hinten ist noch was. Ach ne, das Schloss. Gefangener Walker. Oh, sein Bruder. So ungefähr, sein Gesicht kommt mir bekannt vor. Scheiße. Wer ist das denn im Ort, wo das ist? Wie kann das Uniform wissen? Er könnte in der Drogenstelle arbeiten und sterben mit den Zeichen in seinem Becken. Es dauert viel Zeit, um es sicher genug zu machen, um raus zu gehen und zu sehen, ob er die Zeichen hat. Wenn wir es irgendwie zeigen können, dass er hier gearbeitet hat, würde ich denke, es wäre es wert. Ich werde sehen, was ich finden kann. Okay. Na, warum müssen wir denn immer alles machen? Warum kann der denn nicht mal irgendwie... Also, ich glaube, wir gehen erstmal nochmal rein, wa? Ja. Wir kommen später noch wieder. Okay. Jetzt mal dringucken, ob wir wohl vielleicht irgendwas übersehen haben. Ja, richtig. Aber ich muss sagen, nach drei Tagen sieht sie schon so verfault aus. Also, Anni bisschen irgendwo schon, ja. Aber meistens haben die Fressen schon, als ob die schon wirklich wechseln. Ja, weil... Na, das ist doch dieses Virus sozusagen. Es ist doch, wenn jemand, wenn jemand die, äh... Die... Mann! Die Serie gesehen hat, dann, äh... Lernt man darüber mehr, oder? Ich habe mich halt im Internet darüber ein bisschen mehr informiert, aber... Wer weiß schon, was da wirklich stimmen kann. Fotos. Seine Familie? Ja. Auf jeden Fall, dieses Virus macht ja, dass die so schnell wie möglich verfaulen. Der Verwesungsprozess setzt sehr viel schneller ein, als bei einem normalen Menschen. Ich will es jetzt nochmal hören, ich habe es jetzt überlesen gehabt. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead cards. Mann! Ey, den heute Humor hat er nicht verloren. Du sagst bei sowas hat dein Humor nicht verloren. Ne, ich glaube auch nicht. Batterien! Da sind Batterien! We can't let anything happen to Ducky. I know, hun. Hey, wir haben eine Batterie. Hm. Copies. Schön, dass es in so einem Drogerie-lein Kopie... äh... Dingsbums gibt. Ah. Also Kopieautomaten, nicht Kopie-lein. Ah, das stimmt. Bestimmt Besucher, wa? Es kann sein, dass du froh. Gehst du dir öfter mal da waren? Was man auch stammt, dass du nüsst. Äh... Wir können mit Ducky reden. Kenny hat ja und Ducky. Mit allen. Wir halten zu ihr. Hast du uns errettet? Hier geht es Duck. Ja... Es geht ihr gut, glaube ich. Ja... Es geht ihr gut, glaube ich. Wie läuft der Plan? Ja... Ich würde erstmal alles in Ordnung bei euch fragen. Wollen wir dir in den Riegel gehen in den Zwitten? Ja... Aber wir können ja erstmal weiterfragen. Wie ist der Plan? Ich denke, es ist ziemlich gefährlich da draußen. Also... Wir sollten uns warten, um Dinge zu entfernen. Du sagst, deine Familie ist von hier in Macon? Das ist richtig. Wo sind sie? Okay... Should we go looking for them? Hm... Ich weiß es nicht. Es war ihr Laden, ja. Ja... Es ging alles viel zu schnell. Ist ja auch so. Aber trotzdem irgendwie... Ja... 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 Hm... Hm... Ja... Ja... Aufwuntern... Ja... 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 Loyalität... Ja... Mann... Scheiße... Da fehlen einige Worte... Ja... Also... Pah... Was heißt denn Bavaraches? Oder Bavaraches oder so? Gefühlt Getränke? Keine Ahnung. Oh, guck mal! Noch einer! Kann man ja gleich dann Dingsbums geben. Und da war noch was in der Tür. Ja, aber erst mal, erst mal gib Dingsbums denen. Genau, aus dem, was ist denn das? Oh, Speisekarte. Was Karte? Versuch, wie kann ich mit diesen Dingsbums... Ach so, hä, nee. Jetzt war viel zu viel. Nein, lese doch noch mal, was verstanden ist! Okay, so ein Mist. Ich wollte gerade ein Eis haben. Oh, guck mal, da können wir uns aussuchen. Ob wir Cola, Fanta und so trinken wollen. Nein, da gibt's gelb, braun, grün... Ja, grün ist immer Sprite. Rot ist Cola, gelb ist Fanta, blau ist Wasser und das andere weiß ich nicht. Orangensaft. Genau. Oh, danke, Lee. Er hat es geprägt. Das ist süß, Lee. Können wir ihm noch einen geben? Nein, das reicht. Okay, können wir Clementine noch eins geben? Der hat aber schon... Der reicht doch, Mann, die wird doch uns dick. Ja, ey, man kann so viel Speck da gebrauchen, wie nötig ist. Ja, du musst auch Bewegungsmittel auf dieser... Bewegungsmittel? Du musst auch Bewegungsmittel auf dieser... Bewegungsmittel? Du musst auch Bewegungsmittel auf dieser... Oh! Meine Batterie. Achso, du brauchst zwei. Aber red erst mal mit Lilly, würde ich sagen, oder? Dem Typen. Ja, der ist jetzt am abschmieren. Komm, wir reden mit... Ja, kannst du ja noch mit Lilly reden. Der kann man auch noch mit Lilly reden. Komm, wir reden. Das ist die Einzige, der wir jetzt noch mit Lilly reden können, oder? Ich bin nicht sicher, ich habe deinen Namen. Es ist Lee. Lilly. Mein Vater ist Larry. Lilly und Larry. L und L. Was ist los mit ihm? Bist du von hier? Wie denkst du über diese ganze Sache? Ja. Was ist los mit ihm? Er hat eine Herz-Kondition. Er nimmt Nitroglycerin-Tablete ziemlich regelmäßig. Ich habe ein paar schlechte Attacken, die er nicht konnte, und er braucht, um ins Krankenhaus zu gehen. Ja, das ist nicht wirklich eine Option, oder? Ich versuche nur, ihn zu relaxen zu halten. Er hat einen Tempel. Ah, f*** dich! Ich habe einen Tempel. Ich sage mal! Ich meine, es ist aber nur gut. Ja. Es scheint. Zu gut. Wir haben Kinder bei uns, Familien. Ja. Wir haben Kinder hier. Familien. Er und ich sind eine Familie. Ich sage nur, dass einige Leute nicht so so ein Tempel können. Hell, das scheint, wie du es kannst. Es ist nur seine Weg. Nicht ihn der Grund, warum alles verletzt. Ja. Ja. Das zieht einen ganz schön runter. Ja. Das zieht einen ganz schön runter. Nein. Du bist von hier? Ich arbeite bei Warner Robbins, der Air Force Base. Ja, ich weiß es. Pilot. Cool. Ja. Ja. Das ist eine gute Frage. Und? Hast du okay? Ja. Ich bin gut. Ich bin okay. Ich bin gut. Die Gäste. Wir waren nahe. Wir waren nahe. Ich bin sorry. Wir haben eine älter Gäste in der Office gefunden. Dad schenkte sie weg, in der Falle nicht wirklich tot. Was denkst du über all das? Was ist da zu denken? Die Däden sind auf, um die Leute zu essen und sie in mehr... mehr... mehr von ihnen! Ich meine, Jesus! Wir müssen zusammenhalten und durch das zu gehen. Ich werde zurück zu ihm. Das klingt gut. Die Däden sind da drin. Okay, sagst du hier weiter? Nee, ich halte jetzt meine Klappe. Du meinst, eine große Gruppe ist auch nicht gut? Weil? Na, weil die da sich dann vielleicht verfeinseligen können oder so und dann die anderen verrückt werden dadurch, dass die ganze Welt kacke ist und dann in Depressionen verfallen oder so und dann sich selber umbringen oder andere da noch gefährden und so weiter und so fort. Deswegen solltest du ja auch vielleicht, ähm... Dem können wir keinen Schokoriegel geben, der ist schon zu fett. Aber ihr kann mal einen Schokoriegel geben. Ja. Sollen wir ihr einen Schokoriegel geben? Ja. Hier. Hier. Ich habe noch etwas zu essen. Oh, ähm... Dankeschön. Du bist willkommen. Sicher? Ihr braucht es nicht? Sie ist gut. Ich habe versucht, sie zu fett und watered zu halten. Du bist ein guter Schokoriegel. Dankeschön. Was wolltest du noch sagen? Nichts mehr, ne? Ach ja. Batterie kannst du auch geben, ja. Kann ich auch selber einnehmen, oder? Weiß ich nicht. Ach, gib mir einfach die Batterie. Komm, mach die Batterie selber. Komm. Und hier ist eine andere. Du solltest es jetzt arbeiten können. Na, und? Geht's? Hey, Carly. Geht's? Hm? Es funktioniert noch nicht? Ja, ich kann es nicht herausfinden. Lass mich mal schauen. Die hat bestimmt bloß und bloß verwechselt, wa? Oh, ey, Mädel. Du kannst schießen, aber keine Batterien einlegen, oder was? Okay, der Ding ist erst mal auf leise. Drehen wir erst mal wieder... Ne, jetzt haben wir noch leise gemacht, Entschuldigung. Dann drehen wir erst mal auf Anschlag. So. Hat sie auch den Anknopf gedrückt? Ja. Äh, Plus-Seichen. Hm. Na dann umdrehen. Entweder sind die Batterien leer, oder es sind keine drinnen. Oder es ist einfach nur zu blöd, die Dinger einzulehen. Guck mal. Ey, das kann doch nicht. So schwer ist das nicht. Das kann sogar sogar ich. Da hast du mit der Umarmleitung bei. Mann. Mann! Mann! Ach, das ist jetzt von alleine? Ja. Ah ja. Okay. Super. So, komm, Deckel zu. Affe tot. Umdrehen. Genau. Und an das Ding. Mmh. Mmh, lecker Tee. Und jetzt. So. Du auf! Deine AnkunftSAche. W A B E. 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 Gänsehaut. Gänsehaut vom Feinsten. Wir haben doch noch jetzt einen Schokoriegel, oder? Nee. Willst du einen essen? Nein. Ich meinte ja nur. Mehr gibt es hier glaube ich gar nicht auch. Ach man, wir könnten noch in die Tür reingehen hier. Stimmt, ja. Da wollen wir auch noch nicht drinnen. Das ist... A life inside. Was heißt das? Leben da drin. Glaub ich. So würde ich das jetzt übersetzen. Ach, die haben sich da noch einge... ...verbarrikadiert und versucht zu überleben. Da sind Leben da drin. Scheiße, Mann. Ich kann nicht. Ich kann nicht darüber nachdenken, dass ich sie hier in der Tür reingehe. Sollen wir erstmal Pause machen? Ich glaube, das wäre besser so. Okay. Also, um erstmal ein bisschen wieder auf den Damm zu kommen, die Laune wieder anzuheben, machen wir erstmal in dieser Stelle Pause. Man kann ohne mehr reden, du kleiner Spacken, ey. Das hat mich doch ziemlich mitgenommen gerade. Ja. Hast du gemerkt, dass ich immer weniger geredet habe? Ja. Das ist ja immer faszinierend. Das ist ja immer ein Ding. So weiß ich wenigstens, wie du mal die Fresse halten kannst. Danke. War ein Spaß, Schatzen. Ach, die Musik, ey. Die macht einen noch trauriger, ne? Ja. Also, so nachdenklich, finde ich immer. Ja. Okay, Leute. Dann machen wir an der Stelle erstmal Pause. Sente, Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Prost. Noch einen schönen Tag oder schönem Wochenende, wie auch immer. Wir machen es jetzt gerade am Wochenende. Und lasst euch nicht erkälten oder beißen. Ja. Wie auch immer. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Oh, Clemmy Timey. Clemmy Timey. Ja, und nicht. Es ist noch keine Clemmy Timey. Nächstes Mal ist Clem Time. Yay. Clem Time vor allem. Okay, jetzt aber feiern. Tschüss. Tschüss.